Der neue Soundlink Mini von Bose. Ein Bluetooth-Lautsprecher im Mini-Format. 670 Gramm schwer. Dank der Grösse und dem eingebauten Akku kann man das Gerät überall hin mitnehmen. Sehr hochwertig verarbeitet, mit massivem, kratzfestem Aluminium. Zwei gegenüberliegende Membranen und raffinierte elektronische Schaltungen sorgen für einen satten und tiefen Bass. Neben dem Aux-Anschluss über Mini-Klinken kann das Lautsprechersystem via Bluetooth angesteuert werden. Im Umkreis von bis zu 9 Metern kann so Musik ab Smartphones oder Tablets wiedergegeben werden. Bis zum nächsten Mal. Soundlink Mini ein erstaunliches Klangvolumen, vor allem bis zur mittleren Lautstärke. Für höhere Lautstärken ist das Gerät weniger geeignet und klingt auch weniger gut. Insgesamt ein kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit gutem Klang.